Willkommen bei zur Vorschau. In diesem Video besprechen wir den die besten Kompakt Kameras im Test. Punkt ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung und ich versuchte, sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Wenn Sie möchten den Preis sehen und erfahren Sie mehr über diesen die besten Kompakt Kameras im Test, können Sie Kasse links unten in der Beschreibung unten. Auf Platz 5, haben wir die Sony Alpha 5000 Systemkamera. Die Sony Alpha 5000 Systemkamera ist die ideale Kombination aus hochwertiger Abbildungsleistung und kompakten Design. Der 20,1 Megapixel UPS-CH-Degmus-Sensor nimmt dedierte Bilder auf und der Bion 6 Prozessor sorgt für eine schnelle, effiziente Verarbeitung aller Bilddaten, sodass Sie Ihr Motiv jederzeit im Blick haben. Das 7,6 cm 3 Zoll große, schwenkbare Display dieser Systemkamera ermöglicht es Ihnen, Ihre Aufnahmen aus jedem Winkel zu komponieren, selbst wenn Sie die Kamera über Kopf oder unterhalb der Augenhöhe halten, für natürlichere, komfortablere Aufnahmen und eine geringere Belastung für die Augen. Umzug auf Nummer 4, haben wir die Sony DSC-HX90 Kompaktkamera. Die Sony DSC-HX90 ist eine Kompaktkamera mit einem 30-fach optischen Zoom-Objektiv. Mit der höchsten Auflösung von 18,2 Megapixeln ist diese Kompaktkamera ideal für die Aufnahme von Fotos und Videos in Top-Qualität. Mit dem Weitwinkelobjektiv können Sie große Gruppen oder Landschaften fotografieren, ohne weit zurücktreten zu müssen und trotzdem alles im Bild zu haben. Dank des 30-fachen optischen Zoom sind Sie beim Fotografieren immer ganz nah dran, auch wenn Sie etwas weiter Weg von Ihrem Motiv stehen, das Motiv ist dank des Zeiss 24 720 mm Objektiv. Mit dem elektronischen Sucher können Sie Ihre Motive genauso einrahmen. Auf Platz 3, haben wir die Sony RX100 Premium Kompakt. Die kompakte Digitalkamera Sony RX100 Premium mit 20,2 Millionen Pixeln, f1,8, 2,8 Objektiv und optisch im 3,6-fach Zoom ist eine elegante, stilvolle und kompakte Kamera mit großem Sensor für detailreiche Bilder mit geringem Rauschen. Dieses Premium Modell von Cybershot ist das Ergebnis des Know-Hows von Sony in der digitalen Bildgebungstechnologie und der neuesten Fortschritte im Mobiltelefon der Sechen und bietet wunderschöne und schaffe Effekte und ein luxuriöses Aluminiumgehäuse. Die lange Liste fortschrittlicher Funktionen umfasst Full-HD-Videoaufnahmen mit 50 Bildern pro Sekunde FPS. Umzug auf Nummer 2, haben wir die Canon XSUS 185 Digitalkamera. Die Canon XSUS 185 Digitalkamera ist ideal, um schöne Momente mit Freunden und Familie festzuhalten. Mit dem 28 mm Weitwinkelobjektiv und dem 8-fachen optischen Zoom lassen sich mit dieser Kompaktkamera beeindruckende Bilder aus einer Entfernung von bis zu 24 Zoll aufnehmen. Die Auflösung von 20,0 Megapixeln sorgt für klare und scharfe Bilder, während der Digit 4 Plus Bildprozessor für natürlich wirkende Hautdöne sorgt. Die Gesichtserkennungsfunktion erkennt automatisch Gesichter im Bild und passt die Schärfe und Belichtungseinstellungen entsprechend an, was die Aufnahme großartiger Porträts erleichtert. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die Sony DSC-WX 350 Digitalkamera. Die Sony DSC-WX 350 Digitalkamera eignet sich perfekt für die einfache Aufnahme von schönen Fotos und Videos. Mit einem Exmo-R-Sensor und 18,2 MP effektiv produziert diese Kamera atemberaubende Bilder, die sicher beeindrucken werden. Der Bion6 Bildprozessor ist dreimal schneller als beim Vorgängermodell und sorgt für einen schnellen und reibungslosen Betrieb. Dank NFC und Wifi-Konnektivität lassen sich Fotos und Videos ganz einfach auf Ihr Smartphone oder andere Geräte übertragen. Mit einem 20-fachen optischen Zoom 40-facher optischer Zoom. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video. Bitte mag, dieses Video teilen und vergessen Sie nicht unseren zukünftigen Update-Kanal zu abonnieren.